Hallo Leute, mein Name ist Martin Garrow, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News, auch heute wieder feine Themen rund um alles mögliche aus der Wrestling Welt, deswegen Like, Kommentar, Abo da lassen, Glocke aktiv, den Kanalmitglied werden, wunderschönen Tag haben. Das ist eigentlich immer mein Endspruch, aber jetzt fangen wir damit an. Vertrehte Welt, was ist hier los? Auf jeden Fall, ja, wir starten durch mit Brian Danielson, der hat nämlich jetzt nochmal bekannt gegeben, wann sein Vertrag denn jetzt eigentlich ausläuft. Wir wissen, wir sind im letzten Jahr von Brian Danielson, im letzten aktiven Jahr als Wrestler und er meinte, dass sein Vertrag kurz vor All-In in London endet und das würde ja theoretisch dafür sorgen, dass er nicht bei All-In mit dabei ist, aber das will er natürlich schon noch machen. Das heißt, hier wird man den Deal wahrscheinlich so ein kleines bisschen erweitern, vielleicht auch bloß mit einem Handschlag-Deal arbeiten, was er aber auch sieht, dass er sogar noch einen Monat weitermacht und sein letztes großes Match dann bei Wrestledream heißt der Pay-Per-View danach, dass er das da machen möchte, das sieht er auch noch, aber viel weiter wird es dann eh nicht sein, wenn er es überhaupt bis dahin schafft, meinte er. Also so viel dazu. Dann gab es eine Namensänderung bei der WWE und zwar Tanga Loa, ist ja jetzt auch erst ganz frisch in die Bloodline mit dazu gekommen und Tanga Loa heißt jetzt Tonga Loa. Also sie haben bloß das A und das O geändert, es ist, also es ist kaum, aber ist ja egal, es ist auf jeden Fall eine Namensänderung, wollte ich auf jeden Fall drauf eingehen. Okay, dann geht es weiter mit Kenny Omega, der hat nämlich in einem der neuesten Livestreams darüber geredet, wie es ihm jetzt geht, was denn jetzt der nächste Weg ist für ihn, denn der hat ja eine ziemlich schwere Krankheit und kann deswegen nicht in den Ring steigen und einige Stimmen rufen auch schon Karriereende, was wir natürlich nicht hoffen. Er selbst meinte, dass das natürlich sein könnte, aber er hat den besten Spezialisten, den besten Arzt in diesem Bereich, den man haben kann und er wird auch jetzt operiert. Das heißt, da wird jetzt also eh nochmal mehr gemacht, alles was man außerhalb der OP machen konnte, an Reha-Maßnahmen und an Möglichkeiten und so weiter, das hat er alles durchgezogen und trotzdem kam er jetzt nicht um die OP rum und dann werden wir mal sehen, was dann dabei rauskommt. Auf jeden Fall muss der Typ wieder fit werden, der ist zu gut, als dass er einfach nicht mehr antreten kann, das ist ja auch scheiße. Dann hat Nikki Cross, die wird zur Zeit ja nicht so gut eingesetzt, aber die macht trotzdem noch nebenbei was und zwar hat sie jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Masterarbeit fertig geschrieben hat, wurde auch bestätigt und so weiter, das heißt, sie hat jetzt ihren Masterabschluss in Geschichte gemacht. Sie hat also nebenbei so ein bisschen studiert und will auch bis 2029 noch ihren Doktortitel mit dazu haben, auf jeden Fall auch sehr interessant, scheint also nicht ganz blöd zu sein, die Gude. So viel zu dem Thema kann man nochmal machen, wenn man halt gerade nicht eingesetzt wird, warum nicht? So, dann geht's um Chuck Taylor von All Elite, da habe ich ja schon gesagt, dass er sehr große Probleme hat in der Form, das wurde ja auch schon in den Shows mit eingebaut, dass er wahrscheinlich nie wieder wrestlen wird. Und da ist natürlich die Frage, warum? Was ist denn da passiert? Chuck Taylor hat sich am Knöchel verletzt, der hat sich den Knochen im Knöchel, also im Fuß, so stark gebrochen, dass der in mehrere tausend Teile, kleinere Sachen kaputt gesplittert ist und hat natürlich alles mögliche an Knorpeln und so weiter kaputt gemacht. Das heißt, dass der Knöchel so kaputt ist, dass man das eigentlich nicht mehr retten kann und deswegen musste jetzt Chuck Taylor auch seine Karriere beenden. Das ist so ein bisschen, was auch Superstar Billy Graham damals sein Karriereende mit gekostet hat und das hat Chuck Taylor halt auch. Das letzte Match, was er aber hatte, diesen Parking-Not-Brawl gegen Trent Barretta, das war trotzdem noch, also er wusste, dass das nicht gut ausgehen kann, aber er wollte dieses Match machen, er wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass das sein letztes Match wird. Also so viel zu dem Thema, Chuck Taylor, also dann nicht mehr einsetzbar, das ist also keine Story, sondern das ist real, also ist natürlich auch sehr scheiße. Dann gibt es noch ein kleines Update zu Drew Gulak, da habe ich euch gestern gesagt, dass es eigentlich von der WWE hieß, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde und dass das nichts mit der Ronda Rousey-Anschuldigung zu tun hatte, aber hatte es doch, denn jetzt kam nochmal ein Update dazu und meinte schon, dass Ronda Rousey mit diesem Vorfall natürlich so ein bisschen angestoßen hat, dass immer mehr Leute sich bezüglich Drew Gulak gemeldet haben und dass dann immer mehr rauskam und das dann natürlich schon irgendwie eine große Rolle mitgespielt hat. Also so viel zu diesem Thema. Dann geht es weiter, wir haben ein bisschen Kritik von Bully Ray oder von Barbara Ray Dudley. Der hat nämlich vor kurzem All Elite geguckt und hat sich Orange Cassidy angeguckt und Orange Cassidy hatte bei Dynamite einen Piledriver gefressen auf die Treppe und hat den so gut wie gar nicht gesellt. Er im Gegenteil, konnte danach noch einigermaßen weitermachen und so weiter. Und da ist Bully Ray richtig ausgerastet, hat einen Podcast, ist der richtig durchgedreht und hat halt dieses ganze Fass von wegen No-Selling nochmal wieder aufgemacht oder zu wenig Sellen. Das ging damit so ein bisschen durch die Wrestling-Welt quasi. Das ist halt bei All Elite ab und zu mal so. Ich erinnere mal an alle Matches mit Sting, der hat ja eigentlich nie irgendwas gesellt gefühlt. Ja, muss man auch nett finden. Auf jeden Fall Bully Ray hier, harte Kritik am All Elite Produkt und an Orange Cassidy. Dann gibt es eine sehr interessante Sache. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass die US-Sender ja jetzt alle hin und her wechseln und so. Ab nächstem Jahr soll ja Raw bei Netflix laufen. Und es gibt eine ziemlich interessante Situation. Und zwar gibt es einen Monat, wo alle WWE-Produkte auf einem TV-Sender laufen. Denn Smackdowns Vertrag mit Fox läuft eigentlich ja jetzt auch eigentlich Ende September aus. Dann läuft die NXT noch auf dem USA-Network. Die wechseln aber auch den Sender im Oktober. Jetzt wird es tricky. Und dann hatte ich euch ja gestern schon gesagt, dass ja in dieser Zwischenzeit, bevor Raw auf Netflix läuft, bleiben sie nochmal beim USA-Network. So, Fox wechselt aber auch zu USA. Also haben wir die Situation, dass sie sogar ein bisschen eher anfangen. Also der Fox, die läuft zwar eigentlich bis Ende September, aber sie starten schon im Mitte September durch. Dass also in dieser Zeit läuft Raw, NXT und Smackdown alles auf einem Kanal. Das ist natürlich sehr cool, aber danach verlassen quasi alle das Schiff. Außer Smackdown, die bleiben noch da. Ja, schauen wir mal, wie sich das noch ergibt. Aber auch eine sehr interessante Info, dass quasi alles auf einem TV-Sender läuft. Dann gab es bei Ring of Honor vor einiger Zeit eine Situation, wo gehandelt werden musste. Und zwar gab es ein Match mit Rachel Ellering und Sky Blue. Und da gab es am Ring direkt eine Gruppe Menschen, speziell auch einen Typen, der sich sehr sexistisch gegenüber Sky Blue geäußert hat. Und sie hat sich auch während des Matches auch in seine Richtung, hat ihm gesagt, ey, hier, komm mal runter und so. Und dann, ja, gab es ein bisschen hin und her und so. Letztendlich hat der Typ aber nicht aufgehört, irgendwelche sexistischen Sachen reinzuschreien. Und daraufhin hat Aubrey Edwards dann entschieden, dass die Security-Leute diesen Typen bitte rausschmeißen sollen. Das Interessante ist, der hatte auch noch ein Kind dabei, auch ziemlich brutal auf jeden Fall. Und die ganze Sache wurde also ziemlich groß gemacht, wegen sexueller Belästigung. Hier bei All Elite ist er eigentlich stellvertretend für Ring of Honor. Und, ja, deswegen wurde der Typ gleich mal rausgeschmissen. Und das geht natürlich gar nicht. Und dann geht es weiter mit Wheeler Yuta. Der ist ja auch schon seit einiger Zeit immer nur sporadisch da, eigentlich auch gar nicht. Und da hatten wir auch das Problem jetzt halt in den letzten Monaten, eigentlich seit Januar durchgehend, dass Wheeler Yuta immer wieder Probleme hat, weil er Symptome hat bezüglich einer starken Gehirnerschütterung. Das heißt, er hat immer mal wieder extreme Probleme und kriegt noch nicht die In-Ring-Freigabe. Und hat das jetzt halt Monate nicht bekommen. Das ist also jetzt der Grund, warum der im Produkt fehlt. Ansonsten Mike Bailey, da läuft Ende des Jahres der TNA-Vertrag aus. Das ist auch sehr interessant. Schauen wir mal, wo der denn seinen Weg hingehen. Könnte. Und dann kommen wir noch zum Hauptthema. Eigentlich ein Thema, was euch ja auch beschäftigt. Denn einige von euch haben sich ja Tickets geholt für den WWE-Pay-Per-View Bash in Berlin. Und haben sich natürlich auch nebenbei die Unlimited Wrestling Tickets für Firewall geholt, damit sie erst zu Unlimited fahren können. Und dann zur WWE, logisch, Wrestling Tickets eh. Und hier ist aber das Ding, das ja jetzt die WWE bekannt gegeben hat, dass ja Großbritannien auch nochmal den Clash at the Castle-Pay-Per-View jetzt dann halt demnächst bekommt. Und auch hier hat die WWE die Preise extremst angezogen. Und die UK-Fans sind ja vor allen Dingen immer laut. Und die haben sich natürlich auch dann extrem darüber beschwert, wie krass die Preise nach oben gestiegen sind. Und das hatten wir ja auch. Also hier jetzt speziell wurde darüber geredet, dass halt die Tickets zwischen 300 Pfund und 2000 Pfund kosten. Das sind halt in Euro irgendwas in die 350 Euro bis 2300 Euro. Also quasi schon fast genauso die Preise, die wir halt hier auch hatten. Und das ist halt einfach viel zu viel. Da haben sich viele drüber aufgeregt und haben gesagt, die waren zwar letztes Jahr halt bei der WWE und so, aber die können sich das dieses Jahr einfach nicht mehr leisten. Das ist viel zu teuer geworden. Ja, und gerade weil uns das Thema ja auch betrifft mit Bash in Berlin, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das ähnlich seht. Letztendlich postet ja dann die WWE immer halt ganz fleißig, oh ja, höchste Ticket-Einnahmen in der Geschichte der WWE. War ja bei Backlash jetzt auch so und so. Und mit der Smackdown-Episode davor größte Ticket-Einnahmen für eine Smackdown-Episode ever. Ja, weil halt auch einfach die Preise explodiert sind. Logisch, dass man dann halt auch viel mehr macht. Irgendwann kippt das natürlich. Irgendwann bleiben die Sitzplätze leer. Das ist dann halt so. Dann setzt man halt wieder irgendwelche Fake-Leute dahin. Oder man bezahlt Leute, damit sie da sitzen. Das ist halt auch, weiß ich nicht, ob es das ist. Aber naja, so viel auf jeden Fall zu diesem Thema. Also nicht nur uns beschäftigen die hohen Preise der WWE, sondern natürlich auch alle anderen Nationen. Ob das jetzt auf lange Sicht dafür sorgt, dass die WWE vielleicht doch wieder runter geht mit dem Preis, muss man sehen. Ja, aber ansonsten, solange die Hütte weiterhin ausverkauft ist, scheint es ja noch nicht hart genug zu sein. Dann kann man davon ausgehen, dass nächstes Jahr es nochmal teurer wird. Und dann nochmal teurer, nochmal teurer. Also Freunde, haben wir das erstmal soweit für heute. Kuss geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und schreibt in die Kommentare, was habt ihr für euer Bayesian Berlin Ticket bezahlt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.